SturneTV mit Tischtennis. Herzog in Aurach ist Stadtmeisterschaften. Sonntag 9. Juli 2017. Erste K.O.-Runde nach Abschluss der Gruppenspiele. Links im Bild der junge Tobias Riegler von der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Mit dem Uncle-Sam-T-Shirt und der Brille und dem Stirnband. Das ist Altmeister Lothar James Wagner. Postesfall. Nürnberg spielt gerne hinten. Gegenziehen Ballonverteidigung. Mal sehen, ob er das so bringen kann. Tobias sauberes Lehrbuch spielt. Sichere Topspins. Könnte eventuell mit den leeren Bällen seine Probleme haben, die James so spielt. Sollte aber eigentlich das Spiel im Griff haben. 1-0. Gängige Klänge. Das ist nichts drin. Ich bin eben auch schon neu. Oder ich hab ja die Flüche funktioniert. Ja. Wir sind jetzt auch schon怎麼樣, das ist warm. Wir sind auch sicher zugefühl. Oh! Armin Steiner, Tischten. Dräger in Warnabugel, Tischten. VIEK D ench Charlotte in Warnabugel für die Metодromquzie in Warnabugel Eine ganz wichtige Erziehung der Beteinigung nach gaan. Grüner, Roma, Torsten, Tuchzweck. Grünen guten Ruhm. Nicht der erste Punkt. Oh, bleib ruhig. War mal wirklich leer. Wieder erleben. Super Jaunnerству. Der Bell, wir mal schon, dann setz. Schmerz, xem Kanal, wir mal 3.. Wenn einige потому.. Vielen Dank. 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 Yes. Vielen Dank. Yes. Oh. 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 Vielen Dank. Das war's für heute. 4.5 5.4 4.5 5.4 5.4 1, 2, 3, 1 Halt, Halt, Halt Vielen Dank. 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 Yeah. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.